... zu sehen, in der Falle! Verdammt, wie viel siehst du mal nicht ab? Uuuh! 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 Scheiße, man, ich geh gleich game over! Fuck! Ich geh euch mal lieber aus'n Weg, ne? Ich geh euch... Aua, mein, lieber aus'n Weg! Scheiße! Scheiße! Fuck! Ähm... 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 Oh, alter! Äh... Uuuh! Uuh! Uuh! Ich hab kein Digi-Fleisch mehr, scheiße! Och, alter, Mann! Wenn man euch hier irgendwie bekämpfen könnte! Ah! Ah! Er geht mir auf'n Sack! Aber sowas von! Scheiße! Komm her! Ha! 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 Na, komm her, komm her, du komisches... ...Patermon! Vieh, oder was immer auch du bist! Na! Noch ein Stück nach unten! Ja, genau! Ich brauch' wieder Digi-Fleisch, sonst bin ich... Oder ich land' noch mal neu, am besten! Ich land' noch mal neu! Ja, komm her! Zeig'mon! Komm her! Zeig'mon! Geht doch! Tschüss! So! Ein Telefon! Ein Telefon! Ich glaube kaum, dass wir damit telefonieren können! Ja, grundsätzlich ist es so, dass... ...Telefone in der dicke Welt nicht funktionieren! Cool ist aber auch, dass ich über Baumschilme feuern kann! Aber so kann man die Viecher mindestens besiegen, ohne allzu großen Schaden zu nehmen! War es noch ein Zeig'mon? Komm her! Komm her! Komm her! Braves Zeig'mon! Brav! Komm her! Hallo! Und dann Tasten! Hey Mann! Ja, schon wieder Skype! Schon wieder Skype! Wah! Jetzt flackert das rum! Aber ihr seht ja davon nix! Weil Pflaster zum Glück nicht aufnimmt! Oh! Meine Frise! Ich hasse diese Action-Kreis-Systeme! Eine unaufassbare Mega-Stick-Normale-Lämpe! He! Ach, das ist eine Lämpenstelle! Ich schlack mal für den Kramstein! Naja! Und schon wieder so ein Vieh! Stirb! Alter! Stirb hab ich gesagt! Ich hab gesagt, du sollst sterben! Geht doch! Pflaster! 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 Ich hasse diese Action-Kreis-Systeme! Deswegen komm ich auch in... in... Dings nicht! In... Ähm... Kind im Hals nicht zurecht! Hey Arumon! Schau mal! Fußspuren! Wir müssen unbedingt weiter! Ich würde doch lieber hier in dieser Höhle für eine kurze Zeit bleiben, damit du dich aufwärmen kannst. Du hast ja kurze Sachen an und es schneit immer heftiger. Lass uns bitte kurz Pause machen. Bist du Arre geworden? Jetzt doch nicht! Ähm, das weiß ich gar nicht, was er gesagt hat. Also ist Tai drauf. Oh nein! Tai! Ich bringe ein Besser rein. Ach ja, Tai-Chi, so ist er drauf. Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Ach, jetzt muss ich weiter tun. Hm, bin ich denn jetzt gelandet? Nein, den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Ja, klar. Du kleines, nutzloses Etwas. Was? Äh, wie spreche ich dich? Scheiße. Wie spreche ich ihn? Den Figuronsprecher kann ich doch gar nicht nachmachen. Warum nicht in Japanisch? Lass deine Finger von Plänen, von denen du nichts verstehst. Geh wieder da hin zurück, wo du herkommst. Was? Was und wer bist du? Was ich bin? Auf jeden Fall kein armseliges Würstchen wie du. Was? Wie lehrenst du mich? Was passiert? Na, wer ihn nicht kennt, der hat, äh, der kennt Digimon nicht. Ähm. Oh. Final Fantasy VII. Hm. Tai, du bist endlich wach. Final Fantasy VII. Hm. Oh. Ja. Hol dich ein bisschen noch etwas aus. Ne, ich kann mich noch nicht bewegen. Nein, schon okay. Mir geht es schon wieder gut. Tut mir leid, dass ich so überaffrig war. Ich möchte doch nun die anderen finden. Das ist mir deshalb sehr wichtig. Ist schon okay. Ich freue mich gerade sehr, dass es dir wieder gut geht. Nachdem du zusammengebrochen bist, habe ich dich hier eingetragen und ein Feuer angezündet. Es war wohl keine gute Idee, im überwögelten Zustand hier rumzulatschen und dazu kurze Klamotten zu haben. Ja, aber erst fühle ich mich wieder fit. Vielen Dank, Agumon. Kein Problem. Ach, ich kann mich wieder bewegen. Muss mir jemand mal sagen. Also, ja. Dann hatte ich immer noch verlässt, dann hätte ich keinen Speicherpunkt. Scheiße. Ich wollte mal zu speichern. Ach, die Musik finde ich immer noch genial. Ach, nein. Nicht schon wieder. Ihr Nervensegen. Na, komm. Bam, bam, bam. Und du bist tot. Nein. Nein, 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 nein. Ich werde nicht schon wieder übergehen, oder was? Ähm, was? Wieso kann ich... Verstehe ich. Ach, nee, ich kann euch nicht erfeuern. Oder was? Egal. Dun, 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 dun. Kann ich dich erwischen irgendwie, aber das werden im Movement eingeschaltet. Da kratzt mich gar nicht an. Na gut. Norden, heiliges Refugium. Westen, Berggebiet der Ferdinsel. Hm. Ein Computer. Ich werde hier von einer seltsamen Macht aufgehalten. Ich werde es mit mir in links abon accماreich sind. Gut.